Hallo liebe Zuseherinnen und Zuseher von Konstanz TV. Mein Name ist Andreas Voss und ich bin Stiftungsdirektor bei der Spitalstiftung Konstanz. Wenn Sie die Spitalstiftung Konstanz bisher noch nicht kennen, kann ich Ihnen dazu ganz kurz sagen, die Spitalstiftung Konstanz betreibt in der Stadt Konstanz vier stationäre Pflegeeinrichtungen und einen ambulanten Pflegedienst. Insgesamt versorgen wir über 400 pflegebedürftige Menschen. Um unseren Auftrag, nämlich die Versorgung pflegebedürftiger Menschen, weiterhin gut ausführen zu können, benötigen wir in dieser noch nie dagewesenen Krisensituation Personal, das gut ausgebildet ist. Dies ist bei uns auch derzeit noch vorhanden, aber wir wissen nicht, inwieweit sich diese Krisensituation nicht doch dramatisch verschärft und wir mit unserem derzeitigen Personal so nicht mehr auskommen werden und in einen Personalengpass steuern. Wir brauchen in dieser Situation schon jetzt einen Personalpuffer, auf den wir im Bedarfsfall zurückgreifen können. Ich wende mich daher heute an diejenigen von Ihnen, die auf eine medizinische oder pflegerische Ausbildung zurückblicken können und die derzeit keine andere weitigen beruflichen oder privaten Verpflichtungen haben und die Lust haben und Spaß haben daran, sich bei uns einzubringen. Bitte melden Sie sich bei uns. Auch wenn es derzeit noch keine konkrete Einsatzmöglichkeit für Sie bei uns gäbe, so ist es doch für uns ein sehr beruhigendes Gefühl zu wissen, dass wir im Bedarfsfall auf Sie zurückgreifen können. Ein weiteres Anliegen betrifft die immer noch prekäre Situation der Versorgung mit persönlicher Schutzausrüstung. Dazu zählen insbesondere Schutzmasken, die derzeit nur sehr schwer lieferbar sind. Es sind dieses FFP2 und FFP3 Schutzmasken und es geht um den Mund- und Nasenschutz sowie um Schutzkittel. Hier haben sich erhebliche Lieferlücken aufgetan und wir benötigen hier dringend Nachschub. Wir versuchen natürlich durch Bestellungen alles zu erreichen, um unseren Bestand weiter hoch halten zu können, aber es zeichnet sich ab, dass auch hier allmählich die Luft dünner wird. Sollten Sie oder Ihr Unternehmen noch über Bestände an persönlicher Schutzausrüstung verfügen, so bitte ich Sie, uns dieses zur Verfügung zu stellen. Sie erreichen uns am besten über unsere Homepage www.spitalstiftung-constanz.de. Abschließend möchte ich mich bei all denjenigen bedanken, die unser Gesundheitssystem hier in der Stadt Konstanz aufrechterhalten. Ich möchte mich aber auch ganz besonders bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer Spitalstiftung Konstanz bedanken, bei unseren Bewohnern und deren Angehörigen für das verständnisvolle Miteinander. Ich weiß, dass es Ihnen allen sehr schwer fällt, in der jetzigen Situation professionell weiterarbeiten und weiterleben zu können. Ich wünsche Ihnen alles Gute und ich hoffe, dass Sie uns unterstützen werden. Achten Sie auf sich und bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.